ja liebe leute hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von nba 2k18 heute spielen wir gegen die philadelphia 76ers ich musste immer in diese fick werbung von früher denken dieses blöde philadelphia das kriegt niemand aus dem kopf raus ich weiß auch nicht warum heute müssen wir glänzen wir spielen gegen zwei andere rookies die auch gut sind mr furz und den habe ich vergessen war das denn ich habe eben mal ein bisschen freiwurf training gemacht und ich muss sagen ich fand das sehr frech es ist man hat ja da zehn würfe zeit und von den zehn würfen habe ich bestimmt sechs gemacht die gut waren und es ist von den guten da es ist keiner reingegangen von den guten das war ich schon eine krasse nummer aber gut gut oh nein nicht wieder mjs golf turnier conservatives best bros mit jeweler im beat naja also das ist cool ich mag unten hier diese diese das war ein blowout, ja guck mal was wir nochmal hinkriegen David David redet wir ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir gedacht die Bulls stehen bei 3 Siegen 18 Niederlagen es ist noch ein bisschen aber war das eigentlich die schlechteste Saison ever gewesen jetzt habe ich bei Statista gefunden und dann gibt es mehrere ja weil es gibt ja auch schon lange Basketball fangen wir mal an mit zuletzt ja waren es die Charlotte Bobcats 2012 waren es sieben Spiele gewonnen und 59 verloren also sind die Bulls noch ein bisschen von weg aber man muss ja mal gucken da ist übrigens der Furz okay dass ich mich um den kümmern ist gut ja das wusste ich wo ist eigentlich mein Scoutingbericht Alter ist der schnell zack aber ich bin auch schnell ähm er muss ja eben gucken Joel hat's verkackt ja okay das war vielleicht doch nicht die feine englische Art dem da den Ball zu geben wieso haben sich denn unsere Starter eigentlich schon wieder geändert das sind nicht die Starter die auf dem Plakat stehen wenn ich zum Training gehe naja aber wir wissen ja seit ewig vielen Spielen wer da äh hier Dings ist angeschlagen das war trocken und pass auf die nächsten die ich auch als sehr schlecht empfinde sind die Providence Steamrollers und da hab ich mir gedacht hä wer ist das denn und das war 1948 und die Providence Steamrollers die gab es auch nur von 46 bis 49 aber ihr musst nachgucken weil die kam nämlich aus Rhode Island und was ich da ganz witzig fand in dem Artikel war dass der Trainer äh wie hieß er Ned Hickey immer noch der älteste Spieler ist der je gespielt hat Weil, das war der Trainer. Und der hat sich in einem Spiel einfach mal selbst eingewechselt. Also, so nach dem Motto, ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich mach das jetzt alleine. Also, das finde ich schon eine harte Nummer. Da hat der Joel mir den Ball weggeschlagen. Und ein Dreier. Fand ich immer witzig, dass man nicht so alles trifft. Also, die haben halt in der NBB gespielt. Nee, Moment. In der BBA. Mein Gott, so rum. Oder? Nee, in der BAA. Meine Fritze. Jetzt hab ich alle Kombinationen mal durch. In der Basketball Association of America. Da gab's nämlich noch die NBL. Das ist ähnlich ein bisschen wie beim Football fast. Und die haben sich halt zusammengeschlossen zur NBA. Und in der BAA steht noch dabei, gab's halt immer wenig Punkte. Weil die zum Beispiel die Shot Clock noch gar nicht hatten. Also, da haben die Teams einfach stundenlang den Ball gehalten. Und haben halt nur wirklich sichere Spielzüge und Würfe genommen. Dass das früher passiert ist, das wusste ich tatsächlich. LOPES! Yes! Es ist immer wieder lustig, was man so findet, wenn man mal irgendwie anfängt, ein Statistik zu gucken. Ey, LOPES! Da musst du mir helfen! Ach stimmt, ich wollte ja mal nachgucken, wie das geht. Oh, ich hab irgendwas gedrückt. Aus! Ja, okay, da hat er den Ball wahrscheinlich angeschlagen. Fand ich, wie gesagt, lustig. Wir waren noch dabei, äh, zuletzt waren's die Philadelphia 76ers mit 10 zu 72. 2016. War gar nicht so lange her. Was? Und ich war doch sogar davor. Okay, krass. Äh, zu Lowry und rein. Jawohl. Aber ich muss Statistiken sammeln gegen Kollege Furz. Da steht keiner bei. Und er kriegt den Offensiv-Rebound. Danke, Lowry. Loll, da wirft der einfach. Hä? Warum? Ich dachte, wir spielen... Der geht rein. Da ist immer ein bisschen angestrengt. Ach ja, wir spielen in Philadelphia. Der geht nicht rein. Okay, in diesen Situationen, wenn Levine mit mir zum Korb rennt, LAU passt. Meine Fresse. Das ist wichtig. Ich hab dem den Ball doch abgenommen. Jawohl. Die werfen eine ganze Menge Dreier. Was haben wir denn da noch so? Hm. Die meisten verlorenen Spiele hatten auch die 76ers. Und zwar 73. Äh. Ja, 73. Also 1973 haben wir die 73 Spiele verloren. Der Pass hat schon wieder viel zu lange gedauert. Da ist Nikola. Aber er trifft einfach nicht. Können wir den Furz bitte stoppen? Das wäre cool, wenn er nicht so viel punktet. Danke. Das ist cool. Aber er muss den Ball jetzt abgeben. Das ist scheiße. Nein. Deckt doch mal außen. Ich glaub, ich würd sagen, die Mitte ist dicht. Ey, ich krieg sogar guter Pass dafür, ja. Miritic steht da ganz alleine. Nee, nee. Hau mal auf hier. Fast-Break geht nicht. Echt wegen einem Foul. Ach, Trainer. Guck mal, Trainer. Ja, genau. Lass mich doch noch ein bisschen länger auf die Bank. Was ist das denn? Der Embiid. Ach so, ja klar. In der ersten Saison kann man natürlich 83 in. 84 Mitteldistanz. 81 Dreier. 71 Defense. Ja, genau. Okay, Rebound kann ich nicht so gut. Aber das war auch nicht so groß. Versuch's. Okay. Ja, der trifft ganz gut so von rechts. Okay, dann müssen wir mal in dem Spiel hier arbeiten. Woher kommt der nur her? Wie soll's herkommen? Da riecht er sie auf. So, Lopez. Zack. Was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, müssten die Center nicht mit zu den besten Freiwurfschützen eigentlich gehören? Ähm, weil, naja, die sind ja immer am Korb. Die kämpfen immer um den Ball. Die werden doch sauräufig gefoult. Also, ich meine, alle anderen Spieler auch, aber. Und Lowry trifft auch nicht. Was ist denn heute los, Freunde? Und Lowry trifft auch nicht. Ah, schön, Lowry. Mein zweiter Assist erst. Komm schon! Oh, Mann! Zu kurz beworfen. Fuck. Lol! Oh, jetzt geht er aber hin und her hier, Freunde. Noch mal ein bisschen hier. Auch wieder etwas zu früh. Warum wärme ich denn so früh? Mann, ich habe immer Angst, dass die Spieler ankommen und mir den Ball wegblocken. Und er trifft auch nicht. Das gibt's doch was mit unserer Wurfquote los. Okay. Shit. Ja, Gentleman, ähm... Ich hab echt schwitzige Hände, das gibt's ja nicht. Ich trag übrigens, falls einem das noch nicht aufgefallen ist, ne? Unser wunderschöner Weihnachtspulli, der heute gekommen ist. Okay, der jetzt rausgekillt wird, weil der logischerweise grün ist. Aber bisher finde ich den echt bequem. Mal gucken, wie das Ding aussieht, wie das gewaschen wurde. Most notably, LeBron James and Magic Johnson. Pass to Markkinen. Wade against Redick. DJ dishes to Lopez. Now here's DJ. He's tightly guarded. LeShout, no good. Now he's in the Sixers to put the other end. The Sixers want to ease him into the face. Ben Simmons not just as a point forward, but a point guard as well. He's got all the authority to think about this. The Sixers have a half-play of 6-10. 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 Since Luke Chamberlain, back in 1967. The second big draft of Sunday. New, Van Schiff. Ach, da steht Lob. Warum steht eigentlich der Center immer draußen? Das gibt's doch gar nicht. Man, Lopez, beweg dich da unterm Korb und dann bleibst du da stehen. Ist mir scheißegal. Nicht unbedingt in der Zone, aber... Den macht er auch nicht rein. Zwei Spieler um den rum. Er hat die Schwierigkeitsgrad hochgestellt oder so. Okay, was sagen wir denn in die Spielzüge? Und der geht rein. Na klar. Will ich mich verarschen? Warum spielt Pondex da eigentlich noch? Ich werde nach einem Fall ausgewechselt. Der ist kalt gelaufen und der darf so lange, wie er Lust hat oder was? Was macht Lauri da? Er wirft den Korb. Das wollte ich. Was ist denn hier los? Ich check überhaupt nichts mehr. Der geht auch rein. Ich meine, mehr hätte der Lopez da aber fast nicht mehr tun können. Warum ist das Philadelphia so gut? Wir treffen einfach nichts mehr und wir kriegen auch keinen Rebound. Alter, der Simmons ist echt der Obershit. Der trifft alles. Ja, der macht halt echt als Bad Easy. Du willst den Ball, du machst doch gar nichts mehr. Klar ging der vorbei. Was stimmt denn da nicht? Achso, ja. Minus acht mit mir. Ja, Fred, das sagst du jedes Spiel. Das hilft uns irgendwie nicht. So, drittes Viertel. Jetzt fangen wir an, Sachen zu reißen. Der Status wurde zurückgesetzt. Jawoll. So will ich das sehen. Ich check das mit dem Pick'n'Roll-Verteidiger einfach nicht mehr. Oben drüber funktioniert nicht. Okay, noch weiter in die Ecke. Ah, okay. Also die meisten Spielzüge sind echt für den Hintern. Nee, nee, geh mal nach außen, nicht nach innen. Mach mal einen Foul. Okay, mach den nicht. Oh Gott, Simmonds. Nein, nein, nein. Lass dich nicht verarschen. Gut und leicht verteidigt. Nein, nein, nein. Wir haben noch nicht mal zehn Punkte. Ja, ja. Ja, genau. Danke. Oh, lass dir zwei halt, Pondex da. Kein Problem. Philadelphia ist die beste Mannschaft der NBA. Die eine da im Hintergrund. Das war gut. Ja, komm, Nicola, wirf den Ball ein. Ich hab immer noch nicht das Squad auf dem Platz, weil ich gerne haben würde, wollen würde. Ich hab gern Levine und Lowry. Und Robin. Und jetzt? Och hier ist DJ. Und da stehen vier Leute. Nein! Ja! Oh Mann! Den hätte ich haben müssen. Ich rechne nie damit, dass die den Ball wegschlagen. Nie! Jawohl! 14 mehr Fassball kommt. Ja, der Fulz ist einfach unfassbar schnell. Ich habe mich zu früh gesprungen. Ja, genau! Oh, shit. Alter, was geht denn mit dem Jungen? Fuck. Also mit dem Spiel würde er mich überholen. Da kommt doch keiner hinterher. hat ihn einer geblockt also das war gut von levin aber wieso ist meiner und das brett also mein ball ist doch unten gegen die karte gehauen oder 70 58 man wird immer besser wenn ich ausgewechselt bin coach völlig gute idee ja komm mcconnell gib gas ja Endlich mal. Der erste war trunken, der zweite war hui hui. So, nee, geh mal nach außen. Okay, geh mal nach außen. Okay, das ist das zweite Mal in diesem Spiel, dass ich Viereck gedrückt habe. Und ich habe das zweite Vollkast-Trip. Das ist doof. Normalerweise kriege ich das immer, weil die den Ball gegen mich dribbeln. Aber wenn die den Ball durch mich durchdribbeln, dann kann ich ja nicht viel machen. Der ist drin. Das Spiel werden wir... schwierig. Ein bisschen Platz hat er gehabt, aber das ist, glaube ich, nicht so von Wade der Standardruf. Ja, 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 bla, bla, bla. Komm schon, mach das Laden fertig. Das wird tough. Wie soll ich denn einen Stil machen, wenn ich nicht viel kriegen darf? Alter, Spiele, wie viele Punkte hat der? Ach, 17 erst kostet er jetzt schon 30. Ja, Lopez hätte außen auch freigestanden. Jetzt gib mir den Fickball. Das gibt's nicht. Jetzt nimm doch... Bernd Dexter, hilf mir doch. Da steht er da und guckt zu, wie der Ball nach dem Boden rollt. Oder hätte er da nicht helfen dürfen? Er ist drin. Jawohl. Warum stehst du neben mir? Ja, hier, Lopez. Da stehst du super. Nimm den Ball. Mach was. Oh, krass. Ja, das war wirklich impressive, dass er den gemacht hat. Ja, Simmons trifft sowieso. Krass. Das hört sich gut an, tatsächlich. Let's go Sixers. Warum bleibt der komplett alleine? Was ist denn da passiert? Ja, macht den Ischen da weg. Also, Lauri ist heute gut drauf. Den können wir jetzt benutzen zum Werfen. Alter. Das war ja ein Trudux-Versuch. Das war ja ein Trudux-Versuch. Der steht wieder alleine da. Oh, Lauri, ey. Du musst heute aber auch echt alles reißen. Okay. Nee, das musst du nicht reißen. Ich war schon wieder an dem Ball dran. Das gibt's doch gar nicht. Wie Turn... Wat? Ich hab Minuspunkte für Turnover bekommen. Okay. Wann haben wir denn den Ball gehabt? Ich fühl mich jetzt unrecht behandelt. Ich weiß nicht, wie Jay sich immer fühlt. Aber, also mal ganz ehrlich. Also, Turnover... Könnt mir ja echt viel sagen, aber Turnover nicht unbedingt. Okay, gib mir den Ball einfach wieder. Ich geb mir den Ball nochmal wieder. Ja. Keine Pluspunkte für Pass zu Foul. Okay. Okay. Dafür macht Lopez jetzt. Beide Freiwürfe rein. So, 10 Punkte noch. Jetzt musst du mal defenstechnisch mal wieder ein bisschen reinhauen, Jungs. Ja, knapp. Okay, Turnover, aber das ist schon mal gut. Beziehungsweise erster... Nein, Lauri, komm doch nicht mit. Stell dich doch an die Dreierlinie, Mann. Was willst du denn neben mir? Ja, ich bin der beste Dreischützer aller Zeiten. Alter Schwede, das... Der wird... Also, wenn der nicht okay auf vier hier wird, weiß ich auch nicht mehr. So, sieben Punkte noch. Markkinen hat drei assists heute Abend. Und er hat angefangen, zu turnen die Ballen jetzt. After das slow start. Folt, Dich ist direkt. Hier ist ein B. Und er ist bei Philadelphia. Und das ist die Schatz, die Sie wollen, zu createieren. Sie können einfach nicht auf die Ball. Das ist das, was ich glaube, alles, aber. Die Executioner hat es nicht gemacht. Aber du hast, was das Schatz zu machen. Scheiße So, versuchen wir uns über die Freiwürfe Der war gut Ach, so ein Pass darf doch nicht ankommen Stand der nicht sogar dahinter? Ich hab nicht geworfen, ich wollte nur nach rechts drübbeln Oh man, jetzt kommt ja noch die Steuerhunderville Ja, das Levin, du musst uns retten Komm her Ach so, ich soll werfen? Nee, das wird nix Komm, du kannst besser drübbeln Geh da einfach durch Lol, ich wollte wieder Ohne Scheiße, ich hab nicht geworfen Ich hab auf Passen gedrückt Das gibt's doch nicht Ja, und nochmal drübbeln Dann spiel's durch So ne Scheiße Als wenn der reingeht Der war ja auch sehr eng verteidigt Und der ist auch nicht Levin trifft auch nix mehr, alles klar Ja, natürlich Ich glaube, die haben den Realismus etwas geändert Jetzt kommen wieder die Cheerleader Das riecht mich langsamer auf Ich will diese hässlichen Fratzen nicht sehen Aber die Ladezeiten Dafür ist das halt Also das kann man alles nicht überspringen Ja, Ben Simmons, unfassbar, was die alles getroffen hat Viertes Fall Ja, das ist der beste Fuck Fuck Was? Echt jetzt? Ja, Lopez steht frei, das ist doch super Also am links ist der stark Aber der Pondex hat leider keine Klebefinger Achso, jetzt geht das Autofoulen los Oh, das finde ich so lame Das muss man mal ausschalten Was? Also okay Also benutzt habe ich den linken Stick L2 Und an Wart Und an Wart Wie kann ich denn so folgen? Ich denke, es hat sich Ich denke, es hat sich Ich denke, es hat sich das war ne starke nummer von philadelphia das war ne starke nummer von philadelphia das war ein echter blowort, hätte ich am Anfang echt nicht gedacht jetzt gibt keine pressekonferenz aber die statistiken würde mich interessieren kann ich hier nachgucken kann man hier nachgucken da, Spielbericht achso, der Fullz hat 23 Punkte gemacht, ja ok aber nur 2 ist er hä? 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 16, 21 Assists bei 93 Punkten? ist das normal? Covington 6 Assists hat er gemacht pfff, wie schlecht ja, aber mich würde mal interessieren hier, wie ist denn das mit werfen Korberfolge 10 von 19 der Simmons hat nur 8 von 17 getroffen das kann mir mehr vor 0 von 2 6 von 18 Meritage, 3 von 8, 3 von 10 Lopez hat nur 2 mal geworfen im ganzen Spiel ok Wells hat auch nur 3 mal geworfen er hat auch nur 9 Minuten gespielt 4 mal geworfen Pondexter 0 von 2 warum spielt der bitte 23 Minuten? was ist denn das für ein Quatsch? guck dir das mal an 0 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist 2 Turnover in 23 Minuten, ja nicht schlecht oh man, man, man also ich wählen könnte hätte ich gerne 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 Levin Markkinen Lopez und Valentine ne, ne, ne den würde ich glaube ich auch noch nehmen ja schade das heißt wir spielen übermorgen gegen die Lakers und haben jetzt natürlich Boden verloren auf die auf die 76ers wie sieht man das hier so mit da hab ich immer noch 7 da ok die anderen sind nicht mal, also in der Allstarwahl werden die nicht mal berücksichtigt dann haben wir hier dann haben wir hier Jimmy Butler Eric Bledsoe ach ja, der war Teil von dem Timberwolf-Stil, ne deswegen ist der da hingegangen äh, ja ja also Rookie of the Year, wir sind immer noch vor Fouls und Simmons aber keine Ahnung wie wir daran vorbeikommen wollen vielleicht noch ein bisschen über die Assists also Punkte haben wir, denke ich mal save, da kommen wir auch drüber Assists müssen es einfach noch mehr sein ich bin sehr gespannt und wir spielen gegen die Lakers das nächste Mal ha also das nächste direkte Duell der Rookies of the Year Award Anwärter da muss ich mich ein bisschen besser anstellen und danach spiele ich schon wieder gegen Milwaukee ist das nicht schon das vierte Mal oder so, dass wir gegen Milwaukee spielen das kann sein naja ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen äh, ich glaube nicht, dass hier noch großartig was passiert wir sehen uns übermorgen ähm ja schönen Abend noch übermorgens nach der Weihnachtsfeier und das wird Spaß bis dahin, tschüss